ihr seid richtig auf dem kanal studio bonn mein name ist michael herzlich willkommen heute geht es um ein review und zwar über einen monitor der firma yama zwei i ein y dem muss man natürlich rechnung tragen naja also jama das modell pro light x40 71 uh su das sagt euch nix mir auch nicht also auf deutsch das ist ein sogenannter 4k monitor mit einer auflösung von 3840 x 2160 und einer bildschirm diagonale von 40 zoll 40 zoll das ist natürlich eine hausnummer aber eine hausnummer die mir wirklich gefällt wer mich kennt mit einem monitor allein kann ich nicht umgehen das heißt ich habe drei weitere 19 zöller noch darunter gesetzt das waren die von meinem kleinen arbeitsplatz ich habe dann das gehäuse leicht um lackiert weil silber das gefühl mir dann auch nicht mehr und so sieht das dann insgesamt jetzt aus die sechs monitore die ich vorher hängen hatte konnte man sehen in meinem 360 grad video die sind jetzt ausgeflogen ich muss noch gucken wie ich die los werde insgesamt habe sieben stück ich hatte noch einen in reserve also wer 7 22 zoll monitore mit vga anschluss braucht bitte melden für sagen wir mal 222 euro gehören sie komplett euch mit wandhalterung okay gehen wir mal in medias res also das unboxing habe ich uns erspart weil das öffnen eines kartons das ist jetzt nicht besonders schwierig und ich denke das kennt man was ist aber in dem karton drin nun zum einen ein monitor schon klar dann haben wir hier aber auch zwei standbeine dabei entgegen jeder beschreibung die sind nicht höhenverstellbar die sind einfach nur starr also auch nicht neigbar oder schwenkbar was mir aber gut gefallen hat die kann man ohne werkzeug anbringen das zum einen wenn man die aber nicht benutzen möchte sowie in meinem fall dann kann man die komplett weglassen und die halter dafür die im gehäuse des monitors verbaut sind die kann man herausziehen und so sieht das sehr elegant auf der unterseite aus weiterhin mitgeliefert sind natürlich diverse kabel einmal stromkabel für europa das normale stecker netz kabel was man da hat aber auch für die usa das sind diese ganz dicken dreipoligen stecker mal interessant zu sehen brauchen wir natürlich hier nicht dann ein displayport kabel auf displayport ein mini displayport auf displayport ein hdmi auf hdmi ein eine stereo klinken verbindung 3,5 mm für den sound zu übertragen aber braucht man eigentlich nicht wenn man mit displayport oder mit hdmi den ton sowieso übertragen kann die lautsprecher die im gehäuse verbaut sind 6 watt sollen sie bieten klingen eher nach 1,5 watt also man hört dass der sound ist aber das war es dann auch ich habe keine probleme damit ich habe ja meine lautsprecheranlage rechts und links neben mir stehen also ich kann auf den sound des monitors definitiv verzichten weiterhin ist noch eine rs232 schnittstelle dabei das heißt eine kabelverbindung dafür braucht heutzutage auch kein mensch mehr aber man hat sie mal gesehen dann noch eine kleine blitzanleitung würde ich mal sagen naja wer sie braucht ich weiß es nicht und natürlich die üblichen 36.000 seiten sicherheitsvorschläge also das ding nicht in wasser tauchen irgendwie so etwas in diese richtung ja als weiteres zubehör befindet sich in dieser riesenverpackung natürlich noch eine fernbedienung finde ich unheimlich praktisch über die kann man das gesamte menü durchsteppen so wie man es haben möchte so wie man es benötigt und zwischendurch braucht man die wirklich wenn man beispielsweise wie ich zwei rechner an dem monitor angeschlossen hat kommen wir nun zu den schnittstellen auf der rückseite da haben wir erst mal drei hdmi eingänge der erste der ist ein ganz normaler ohne was besonderes der zweite da steht mhl dran und mhl bedeutet mobile high definition link das bedeutet dass man smartphones oder tablets sprich also mobile geräte anschließen kann und das was man auf diesem gerät sieht wird eins zu eins auf den monitor übertragen soweit ich weiß ist aber die definition für diesen standard maximal bis hd möglich die dritte schnittstelle hdmi verbund ist eine 2.0 schnittstelle das heißt dort kann man tatsächlich den monitor per hdmi mit 60 hertz ansteuern wunderbar dann kommt der display part anschluss der ist auf 1.2 einstellbar im menü das muss man am anfang auch erstmals machen und dann kann man das lassen damit läuft die kiste auch auf 60 hertz und dann tatsächlich eine vga schnittstelle also wer damit vga dran geht weiß es nicht also wäre nicht mein ding kann man aber noch toppen es gibt ja noch die rs 232 schnittstelle auf der nebenseite direkt unterhalb eines usb 3 hubs gelegen den usb 3 habt den kann man durchaus benutzen ab link kabel ist auch dabei um von dem computer einer usb 3 schnittstelle das signal nach oben zu führen dass man aber nur zwei portseiten zur verfügung hat finde ich ein bisschen wenig also drei oder vier hätten da auch locker hingepasst dann haben wir einen kopfhörer ausgang der ist natürlich für spiele für die gamer von euch interessant und noch ein ganz kleines gimmick am rande hier ist tatsächlich die möglichkeit so etwas herauszuziehen um beispielsweise einen kopfhörer dort einzuhängen kommen jetzt langsam mal zur menüstruktur dieses monitors relativ einfach gehalten da ist nicht viel kompliziertes dabei und doch einige besonderheiten die man durchaus beachten kann ein kurzer drück auf dem menüpunkt und schon kommt naja das menü halt signal weil da haben wir vga hdmi 1 2 3 displayport oder auto mode dann die bild einstellung bildformat helligkeit kontrast schlafe overdrive erweiterter kontrast echo mode oder x rest technology bild im bild oder bild nebenbild modus interessant für diejenigen die zwei rechner angeschlossen haben audio lautstärke stummschaltung oder den audio eingang farbe unterschied zwischen warm normal kalt benutzereinstellung eye style color oder blauton reduzierung sprache selbsterklärend sagen wir mal hier deutsch onscreen display einstellungen wo soll das liegen wie ja durchscheinend ist das und wie lange soll es eingeblendet sein zusätzlich dann die menü einrichtung da kann man dann displayport aussuchen hdmi version für den hdmi 1 eingang das startlogo ein oder ausgeschaltet soll die power led ein oder ausgeschaltet sein vorne am monitor es gibt ja einige die stört dieser dezent leicht blaue punkt kann man also auch ausschalten auto power also wenn kein eingang dann ist soll er irgendwann ausgehen zurücksetzen und informationen und wenn man da drauf drückt sieht man die auflösung die horizontal frequenz die vertikalfrequenz und die modellnummer so und exit bedeutet exit so zu dem menü da gibt es jetzt noch einen punkt anzumerken weil jama damit wirklich wirbt und zwar die sogenannte blauton reduzierung damit lässt sich dreistufig einstellen dass der blauanteil im bild herausgefiltert wird also einfach abgesenkt wird damit man stressfreier grad in den abendstunden an diesem gerät arbeiten kann jetzt muss ich dabei sagen das wirkt sehr sehr ja gelbstichig und ich kann das euch mal durchaus zeigen wenn man da einfach mal ins menü geht blauton reduzierung auf stufe 1 auf stufe 2 und auf stufe 3 das bild wird wesentlich dunkler ich sehe gerade es flackert jetzt auch wegen der dunkelheit klar ich persönlich muss ehrlich sagen ich bin da kein freund von das ist mir dann doch zu farbstichig weil der monitor ist an sich so brillant in seinen farben und gefällt mir ganz hervorragend gerade die schärfe es ist einfach fantastisch damit zu arbeiten es macht wahnsinnigen spaß ich denke mal jetzt bin ich durch es hat mir sehr viel spaß gemacht dieses letzte video in diesem jahr zu machen ich hoffe es hat euch auch ein bisschen spaß gemacht hier zu zu sehen monitore ja die haben es mir irgendwie angetan meine tochter meint immer ich sollte die selbsthilfe gruppe der anonymen monitoriker gründen naja ich habe mal durchgezählt mit sämtlichen displays die ich auf einem drucke oder auf keyboards habe komme ich auf annähernd 30 solcher bewegten bild leuchteinheiten will ich mal vorsichtig formulieren mein gott es macht einfach spaß im nächsten jahr werde ich wahrscheinlich in einem neuen gewand erscheinen also weniger ich als mein kanal ich werde jetzt über die feiertage mich ein bisschen zurückziehen und dann da ein wenig dran arbeiten ich hoffe dass das bei rauskommt was ich mir auch so vorstelle und dass es euch auch zusagt dass es euch gefällt ein kanal trailer müsste ich auch mal bauen ja ich weiß und naja einfach mal sehen was das neue jahr gibt ich bedanke mich bei euch für euren support für die ganzen fragen die während der videos gestellt wurden aber auch die fragen die im hintergrund über e mail bei mir reinkommen ich bemühe mich immer so schnell wie möglich und vor allem so ausführlich wie möglich darauf zu antworten ich sehe das immer so als ein geben und nehmen ich glaube mir ja ideen oder ich weiß nicht was was ich an informationen brauche auch über youtube und wenn jetzt fragen an mich gestellt wird warum soll ich mich da zurückhalten nein ich antworte gerne und auch ausführlich und seien die fragen noch so dämlich oder so kleinlich oder sonst etwas dämliche fragen gibt es nicht es gibt nur dämliche antworten und ich bemühe mich halt keine dämlichen antworten zu geben ok ja dann vielen dank nochmals auch für die ganzen abonnenten wer es noch nicht gemacht hat so abonnieren das tut nicht weg das kann man machen und ich freue mich wie ich das liebe ich lasse das jetzt einfach mal drin leute ich wünsche euch einen guten rutsch ja frohe weihnachten guten rutsch und wir sehen uns im neuen jahr bestimmt wieder bis demnächst rutsch und wir sehen uns im neuen jahr